Und dann wollen wir uns zu einem Video zu unseren drei Abgangskandidaten bzw. anders formuliert zu den drei Kollegen, die uns die meiste Kohle bringen könnten wohl auf dem Transfermarkt und um die es eben immer wieder geht, wenn es eben darum geht, was wir an Stammspielen, an richtigen Topspielen von uns eben möglicherweise abgeben, abgeben müssen. Hier kurze Wachstanzmeldungen zu denen, was deren Optionen sind und wer eben vielleicht das wunderschöne Heimtrikot weiterträgt oder eben nicht. Sascha Kalajdzic, zum Beginn, da haben wir einmal RB Leipzig, da könnte er interessant werden, wenn sie Sördert abgeben, da ihn eben ersetzen beim RB Leipzig, ist neben Brian Brobery auch ein Kandidat bei Man United. Dieser wechselt laut Fabrizio Romano zu Ajax Amsterdam, also Brobery, ist interessant, weil auch Kalajdzic bei Ajax in den Gerüchten war und bei Man U, um da kurz wieder zu bleiben, hat laut Sky schon sein Management verhandelt mit Manchester United. Für diesen Wechsel spricht sich auch ein Nationalmannschaftskamerad aus, nämlich Gregoritsch. Kalajdzic soll er es unbedingt machen, wenn er so ein Angebot hat, soll er es machen. Weiß nicht, ob ich mir von dem die krassen Tipps abholen würde, der, ich glaube, aktuell bei seinem achten Verein jetzt nach dem Wechsel zum SC Freiburg so, no front, aber weiß ich jetzt nicht. Man U auch, vielleicht bin ich da auch naiv oder falsch eingestellt, aber Man U ist gerade für mich auch ein Klub, das ist so komisch. Da wollte ich gerade, trotz Trainerwechsel und so weiter, wollte ich gerade auch irgendwie einfach nicht hinwechseln. Dazu noch das Gerücht zu West Ham United war irgendwie mit dabei. Die geben aber gerade dicke, dicke Angebote für Broja ab von Chelsea. Aber das war jetzt auch noch eine Option, ist eben die Vertragsverlängerung. Da hieß es ja ganz klar, wenn er nicht geht, dann verlängert er. Ja, hieß es ja irgendwie von allen Seiten kam er die Infos dazu, die Gerüchte dazu oder die Berichte dazu, besser gesagt, weil er eben zu 23er ablösefrei wäre. Vertrag nur noch ein Jahr, aber er will dem Verein eine Ablöse einbringen. Finde ich auch nur fair, hat auch dem VfB viel zu verdanken. Wir haben ihm immer vertraut, auch ihren Verletzungen und so weiter. Schon zu Beginn an, als er mit einer Verletzung ran kam, hat er gesagt, ey, egal, du bist unser Stürmer für die erste Liga und sowas. Also das Geben und Nehmen ist schon sehr ordentlich mit Kaleitschisch und dem VfB, glaube ich, das Verhältnis. Sagt auch selbst, dass Verlängerung absolut eine Option ist. Und was eben auch oft berichtet wurde, ist natürlich das Interesse vom FC Bayern München. Da könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen die Spur, noch ein Ticken heißer werden. Mal gucken, nachdem jetzt ja eben Lewandowski fix zu Barcelona wechseln wird. Die Saga ist ja auch endlich vorbei. Kommt darauf an, wie die Bayern eben da planen, was sie da in Sachen Ersatz machen, ob sie einen Ersatz holen, wie eben die Bayern da planen. Aktuell geht es also in der Gerüchteküche am ehesten irgendwie zu Man U und eben vielleicht noch das Interesse der Bayern, dass er mal aufkeimen könnte. Heißt auch, im übertragenen Sinne wäre das entweder Ronaldo-Ersatz bei Man U oder Lewandowski-Ersatz bei den Bayern. Das ist beides nicht ganz so easy für Kaleitschisch als nächster Schritt in seiner Karriere. Aber laut dem Kicker gibt es absolut nichts Konkretes bisher. Gibt wohl guten Austausch mit Kaleitschisch. Da ist jetzt wieder die Rede erst wieder gewesen von hervorragenden Gesprächen. Kurzer Abteil zu Borna Sosa. Hier kann man sich kürzer fassen, weil da gibt es aktuell irgendwie absolut nichts. Also wir haben die uralt Gerüchte zu Barcelona, die Gerüchte aufgekommen sind zu Chelsea mal kurz. Auch West Ham war da irgendwie eine Verlosung mit drin. Was man aber eben sagen muss und sagen kann, er macht schon klare Andeutungen auf einen möglichen Verbleib eben. Wir hatten ja schon die ehrenhafte Aktion im Winter, dass er gesagt hat, ey, ich wechsle nicht. Ich mache erstmal Klassenerhalten nach, komm mal gucken. Gibt es jetzt auch diese mündliche Absprache, die es scheinbar gibt, dass er eben den Verein verlassen könnte ab 25 Millionen. Und eben zum Thema möglicher Verbleib sagt eben Müslentat, dass sich Sosa vorstellen könnte, beim VfB zu bleiben, wenn es eben nichts, keine Angebote kommt, nichts da ist, was ihm und eben dem VfB gefällt. Also VfB wahrscheinlich im Sinne von Ablösung und sowas. Ihm natürlich attraktiver nächster Schritt und auch sinnvoller nächster Schritt. Finde ich, wie bei Kaleitsch auch, finde ich auch nur fair. Er ist seit 2018 im Verein und auch er hat einige, einige Chancen, einige Sessorts bekommen da. Will sich für den kroatischen WM-Quader qualifizieren, auch klare Geschichte. Und eben beim VfB alles geben. Ein bisschen das spricht hier aber natürlich auch an, was auch stimmt, dass dieser Linksverteidiger Mark vielleicht nochmal ein bisschen ins Rollen kommen könnte, wenn irgend so ein paar Dominosteine fallen, zum Beispiel Kukurella, der vielleicht zu Man City geht. Orel Mangala. Auch hier sind die Gerüchte vom Kaliber her einen Ticken runtergegangen. Jetzt auch ohne da jetzt gleich einen Front zu machen an den Klub, um den es gerade geht in den Gerüchten. Aber wir hatten mal früher Atletico in Gerüchten, wir hatten Lyon in Gerüchten. Nun ist eben ein Premier League Aufsteiger. Scheinbar hat Nottingham Forest Interesse. Das kam ja schon mal vor ein paar Wochen auf. Jetzt wieder die SCN berichtet, dass sie scheinbar wirklich Interesse haben an Mangala. Sind eben jetzt in die Premier League erst aufgestiegen. Kurzes Hintergrundwissen zu Nottingham Forest. Haben da auch schon knapp 70 Millionen ausgegeben in diesem Sommer. Aber wo nie zum Beispiel von Union ja geholt gehabt, weil die eben, das ist Premier League, die haben eben schon durch diesen Aufstieg in irgendwelchen, ja, verschiedensten Abteilen, aber eben somit zusammen, haben sie einen Geldregen von 200 Millionen durch den Aufstieg. Da ist eben einfach Kohle da. Hier sind laut eben dem Bericht 10 Millionen Ablöse im Raum. Würde ich sagen, da geht mehr. Die 15 dürfen es schon sein. Die wurden auch oft bei Mangala genannt, die 15 Millionen. Auch wenn ich das letzte Saison nicht so stark war, aber 10, weiß ich nicht. Das wäre irgendwie ein bisschen arg verschenkt, würde ich sagen. Und auch hier, wie bei Manu vorhin, bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, aber für mich wäre ein Mangala-Wechsel zu Nottingham Forest irgendwie einfach Verzweiflung pur. Das sage ich, wie es ist. Das wäre für mich Verzweiflung pur so. Da muss man schon sehr wechseln wollen. Weil klar, der ist ein Premier League-Aufsteiger, aber die halten sich halt vielleicht ein Jahr, wenn es mal gut läuft und steigen halt im zweiten Jahr wieder ab. Und dann kann man sich da vielleicht kurz über eine Saison, vielleicht über zwei Saisons, halt in der größten Liga der Welt präsentieren. Das sehe ich als Pluspunkt. Ist okay. Wird da auch gut verdient. Das auch Pluspunkt, klar. Und für ihn geht es eben darum, das Ziel auch für ihn. Er will sich für den Belgien-Kader, für die WM, ja, attraktiv machen. Dass er eben vielleicht auch mit zur WM fahren kann mit Belgien. Zu ihm soll es da auch Gespräche schon gegeben haben. Aber Angebot und so weiter, alles noch zu unattraktiv. Machen wir ein kurzes Fazit draus, würde ich sagen. Ich sehe bei allen drei wirklich nichts Attraktives, wo ich sagen würde, oder wo ich einfach aus der Fanbrille auch sagen würde, ey geil, mach den Move, fühle ich cooler nächster Schritt, freue ich mich drauf, ab, gehe da rüber zu dem Klub. Den würden, glaube ich, alle noch mal eine Saison beim VfB gut tun, statt jetzt eben dieser Abgang, beziehungsweise eben auch andersrum gedreht. Und ich sehe keinen Abgang für die Karriere gerade, für die irgendwie attraktiver und vom Vorteil, oder mehr vom Vorteil, als eben nochmal beim VfB, eine gute Saison zu spielen so. Bei Soos, habe ich schon gesagt, sehe ich tatsächlich irgendwie am ehesten die Chance auf den Verbleib. Kalajic hängt so ein bisschen von den Plänen von anderen Vereinen ab. Und Mangala, wie gesagt, auch, vielleicht unterstelle ich ihm da auch was, so kommt es zumindest über die Berichte und die Klubs, die alle da gerade in Gerichten sind drüber, wirkt irgendwie am ehesten danach, dass er irgendwie wirklich einfach ums Verrecken einfach wechseln will. Trotzdem, muss man bei allen sagen, die Verbleibschance ist nicht riesig. So, auch wenn jetzt die Gerüchte nicht groß da sind, aber für mich bleibt sie nicht riesig. So, wir sollten trotzdem weiter davon ausgehen, dass es eben Wechsel geben wird. So ist man am Ende auch nicht enttäuscht, weil wir denken, jetzt saß sie irgendwie acht Wochen lang danach aus, wird er bleiben, jetzt auf einmal wechselt er. Ne, das ist eher andersrum. Also wir sollten, glaube ich, eher davon ausgehen, dass sie wechseln und uns dann freuen, wenn wirklich einer bleibt. So in die Richtung gesehen, Transferfenster ist noch offen bis zum 1. September. Das sind noch sechseinhalb Wochen. Kalajic Berater hat auch schon oft davon gesprochen, dass die meisten Transfers in den letzten zwei Wochen über den Tisch gehen. Und ich denke auch da, zurück auf den Boden der Tatsachen, jetzt übertrieben gesagt, müssen wir, glaube ich, einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass wir halt der VfB sind. Das soll jetzt auch überhaupt nicht scheiße klingen, aber wir können, meine Meinung, wir können nicht unseren Spielern sagen, so, bis zum 1.8. wechselst du, sonst bleibst du so. Sonst streiken wir, sonst wechselst du nicht, du bleibst. So, bis zum 1.8. ist jetzt eine Deadline, bis dahin musst du weg, jetzt mal als Beispiel, sonst bleibst du. Das sagen können wir schon. Ich glaube auch kaum, dass es allzu viel bringt. Also ich glaube trotzdem, also wir haben vom Stand her, vom Verein her, vom Stand her, wenn da irgendein großer Klub noch anklopft, das ist nicht unrealistisch, dass uns halt noch irgendwer am 25.6.8. oder sowas beispielsweise verlässt. Was wir halt dann groß hoffen müssen, oder wo wir, glaube ich, darauf vertrauen können, ist eben, dass man sich dann einfach seine Liste abhaken muss und einfach, ja, Ersatz für Ersatz für Ersatz holt, je nachdem, wie viele Topspieler uns eben dann doch noch verlassen und das eben dann doch hoffentlich noch rechtzeitig vor Transferfensterende eben über die Bühne geht alles. Und zum Abschluss natürlich eure Meinung in den Kommentaren zu den Kollegen, zu Themen zum VfB generell, aber vor allem hier auch einfach mal zu meinen Takes persönlich, was ich hier so von mir gegeben habe, zu den Spielern, zu zugeführenden Spielern, zu den Klubs, die abnehmen und so weiter. Da sind vielleicht ein paar Hot Takes dabei, keine Ahnung, vielleicht sehen es alle gleich, vielleicht sehen es alle anders. Bin ich gespannt drauf und auch noch alle, die ja neu am Start sind, lasst ganz kurz noch ein Abo da, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.